hallo liebe schlagzeuger willkommen auf meinem youtube kanal mein name ist andré hilgers auf meinem kanal möchte ich euch einen haufen tipps und tricks rund um meine studio live und band erfahrungen näher bringen und hoffe ihr findet vielleicht für euer level auch das passende video ich habe bewusst den kanal auf deutsch gehalten weil ich finde dass es schon haufen englischsprachige kanäle gibt und ich dachte mir ich mache es mir mal zur aufgabe euch das alles auch mal ein bisschen auf deutsch zu erklären des weiteren habe ich noch eine eigene schlagzeitschule in paderborn und wenn ihr möchtet kommt nicht einfach besuchen auf www andere hilgers.com und schreibt mir eine e mail oder lasst einfach auch hier auf diesem kanal ein abo da hinterlasst einen kommentar ich lese alles und eventuell habt ihr ja ein paar anregungen oder vielleicht auch ein paar fragen somit kann ich dann meine faq videos weiterführen um auf gezielte fragen von euch einzugehen euer andré